in der Zukunft oder von der Verhältnis nach das sehe ich als anzeigen das schlafen Prozent bis zu schauen muss er ein der nach durch einer muss gehen der andere ein bisschen frei schönes Jahr einfach gerade durch ob sie wir mussten die offen gelassen die aber du hast du zugemacht wir haben kein Obliefer in Trin das ist ja Pets Name dann ich nenn's Mist wie ist ein Haustier oder wie kann sein wird man gleich von scheiß Geist begrüßt von Haustier fuck ich hab halt wirklich ne Haustier ich gratuliere mach ich jetzt damit töte so umbringen Mist Mist ne Schlange ich muss halt dieses Ei hier platzieren und warten bis das Ding geschlüpft ist und dann gehört's dir Ei ja gut dann halt nicht er baut erstmal los 20 20 keine Ahnung wie groß ich baue einfach mal 20 x 20 2 ein dunkles Holz ne heiles Holz 20 keine Ahnung einfach mal drauf losbauen können ja wie gesagt da später nicht umbauen wollen dann wunderschönen bunten Boden jetzt ist es halt wohl wie ob wir das ganze untergliedern wollen unterliegen ja vorerst mal würde ich einfach mal baut ein bisschen grob ist wieder so vielleicht äh das ja die Frage ist nochmal das hier das haupthaus oder also wo bekraft und sowas oder weiß es halt nicht bei Lager und so bin ich natürlich irgendwie dann später irgendwie separat machen weil es ja doch irgendwie wir können das ja erstmal als keine Ahnung was der allgemeines Haus einfach reingekommen der allgemeines Haus und halt Minenzugang ne weil wir brauchten ja direkten Bodenkontakt für die Minenzugang ja kann man ja drüber machen und so wir machen noch ein weiteres Haus jetzt sehen wir hier wie wir Lust und Laune haben der Minenzugang könnte man ja ok der Berg ist zu klein reitere dich schon Stollen rein machen in den Berg und dann runter ja auch möglich haben wir oben Blocks dran wegen ich glaub's ja nicht oder könnten wir die Baukugel wieder ausgraben kannst du eine wunderschöne Kugel bauen ach so beim Reaktor hab ich immer noch alles gebaut du warst faul ne alles hast nicht nur du gebaut das reden von einem Reaktor aus der Version 1.7.10 von Minecraft Redund ja aber alles hast du trotzdem nicht nur gebaute ja neun neun neunzig Prozent ja das hier oder was anders weiß nicht wie viele klötze ich da hingeklappt hab neunzig Prozent das hat nie was grausam neunzig Prozent ein war stein und einen zauberstab stein wird immer noch die eingabefehler ich weiß nicht wo wir waren da ja die gibt es auch immer voll süß jetzt wird die in die kürze freut mich jetzt konzern das mit einer organisieren irgendwie kann So, mach mal es denn. Was? Mal als Raumhöhe dann fest. Keine Ahnung. Wir brauchen ja drei Blöcke Raumhöhe mindestens. Mindestens, ich würde aber vier machen. Fünf höher, oder? Ja, also mach mal fünf. Oder fünf sogar, ich würde größer und größer bauen. Ja. Also mach mal fünf und beim sechsten dann... Das sind jetzt vier. Das sind vier, ja. Meinst du noch höher? Ja, ich meine, es ist ein großes Gebäude. Du hast wenigstens ein bisschen höher und so. Oder? Weiß halt nicht, ob es zu hoch wird. Enderman. Dann nimmt der jetzt nicht mehr. Der nimmt nur fünf immer. Ja, dann hast du hier gar nichts. Vielleicht hast du nix. Fenster mit... Ja, an der Seite nimmt er, aber hier hoch nimmt er gar nichts. Ach so, du kannst ihn einstellen. Der hat verschiedene Modi. Aber fragen wir jetzt nicht, wie er gehen einstellen. Inventory can now be effected with aim mechanics. Er hat verschiedene Modis, dass er funktioniert. Oh, jetzt ist er da dann vertikal und... Äh, wir können hier ganz einfach controls und dann heißt das Builder... So... Jetzt sucht nach Dings nicht nach Mats. Better Builder wenn... Change ... Mode. So... Sehen wir, dass wir nichts sehen. Expand left to right. Button to face. gar nicht modus er zeigt aber nur den modus immer an wenig ändern also einfach oben runterscrollen und dann hast du changed mode change fluid mode bilders wenn es mal auf der mr macht halt nichts und die ganze zeit anzeigen welchen modus ich verheiratet motoren zentral extend left and right from the original block er will der top bottom phase ja okay vielleicht geht's kann der das nicht der seite kann ich und da nicht würde ich ja warte von ihm jetzt ja was anderes stimmt er kann halt nur flächen das stimmt ja wenn du mal guckst der stein kann nur horizontal kann auch nur horizontal und der diamant hat keine sperre die nächsten auch nicht mehr das wird sein ok dann haben wir halt diamant diamant ist ein bisschen teuer dafür dass wir nun die wände dann ziehen können dass man boden geht warum was lieber bei hand äh fenster ja das war's nicht deswegen freue ich dich hier wie du hast ja keiner gemacht weiß nicht wir können es erst mal auf und lassen machen wir nur die ex-säulen erst und dann guck wie wir das machen mit dem fenster dann jo soll das jetzt sein 1 2 3 4 5 möchte man so weit so weit ich raufkommen da einfach dum 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 ja die schleimeinsel oben die dummer dann zu sein Haus dazu bauen dann extra High-Speed-Lifte nach oben he 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 soll es noch unterfallen alle Wetter made by Mojang Minecraft kauft euch dieses Spiel kostet zwar jetzt 5 Euro mehr als früher aber jo es ist Minecraft es gibt andere Spiele die kosten um einiges mehr werden auch gekauft so wie Battlefield 1 und so ein Scheiß Call of Duty Watch Dogs 2 ja wir haben die Leute Geld aber so für Minecraft 20 Euro das geht nicht es kostet 25 ja das ist 25 entschuldige auf der offiziellen Seite die offizielle Preise weiß ich jetzt nicht ja die sind wahrscheinlich weniger aber bitte nur nicht die Seiten von der Miskifer verwenden weil da kriegt ihr nur Keys die nicht funktionieren äh sag nur Windows du sagst nur Windows ey was ist so von mir weil es ruhig die Seiten nirgendwo dingen ich wollte einfach von dir eine Seite wo ich günstiger Windows bekomme und dann kauft man sich das und dann steht da dass das nicht aktivierbar ist ja dann schreib halt den fucking Support an ja wenn dann nicht zurückschreib der Idiot hast du Stein du Vollidiot nein habe nicht ach was hast du überhaupt weit nach Hause ich hab keinen Stein Weg nach Hause ist lang irgendein Vieh kommt da oder was halt wirklich soll ich mal im Bett mitbringen du kannst n machen ja du hast ne Spinne wo ich kann eh schlafen komm mir hier du Spinne du so ne Dreier Tür kann man nicht machen gell ne da haben wir keine Müll Doppeltüren gehen grad aktuell ja auch nicht nett überhaupt was denn der Vermordbäcke ladet sich quasi alles runter wieso ja kann ich gar nichts was willst denn du jetzt gerät mir Doppeltüren bauen ich habe du noch nicht gefixt ich saß heute wieder ein LS dran etwas bin nach Hause gekommen erst mal beim vier zuhause hab kurz über mein Leben nachgedacht dann noch kurz mit anderen Leuten geredet dann hab ich um fünf mit LS mal ein bisschen weiter gemacht dann hab ich keine Ahnung was mein was denn du da weiß ich doch nicht na um dann hab ich halt dann halb sechste mit dem Modpack angefangen um sechste war ich mit dem Modpack fertig und viertel sieben stand da hier auf der Matte und hat gesagt wo ist mein Modpack genau so wie es gehört so jetzt sagt mir bitte wann ich heute den Fehler finden hätte sollen ja dann man sagt leider war mein Leben ist halt etwas man muss dazu sagen gäh der Fehler sind nicht erzapport na aber jetzt nicht nicht so nee man muss ja fair sein ne so ja dann 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 ja so ist es nicht der Misskäfer Team sag ich da nur ja dann halt ohne Doppeltür dann halt ohne Doppeltür dann halt ohne Doppeltür dann halt ohne Doppeltür was ne Trümmscher wieder macht ja da kommt dann die zweite Tür mal rein wenn sie funktioniert da hier die ja er hat sich ordentlich jetzt geht's was an der Mist das ist keine Doppeltür ja aber ich wollte sie so einbauen die ganze Zeit hat mich nicht lassen das wird nach innen einbauen ne ist egal ob nach außen oder innen vielleicht auch was hat er kein Block hat so so jetzt geht's ok Gott der Frisch warum das ja keine Doppeltür ist ja es soll ja auch keine Doppeltür sein es soll nur eine simulierte Doppeltür sein simulierte Doppeltür weil richtige Doppeltür nicht gehen geil hast du schon Obsidian oder können wir unsere Obsidianplätze machen ja natürlich hab ich alles gleich hier ja wir haben noch eine Diamantspiele ja und wir haben eine Obsidianblock und da ist ein Bett wir bauen auch kein Dings kann aber so auch reingehen das ganze mal von hier unten haben wir irgendwas um Kisten zu bewegen nein doch noch nicht irgendwas haben wir ja aber wir haben es noch nicht und ein Chest-Transporter aber der kann zwar nicht aber der wird vielleicht jetzt nach der ersten Kiste kaputt gehen ist auch so ist einmal Verwendung aber es funktioniert ich meine er kostet holz ich habe mal holz holzi holzi holz wie sieht es eigentlich aus karte haben auf das ist das ist Vielen Dank.